In Großbritannien wird am 4. Juli ein neues Parlament gewählt. Umfragen sagen einen Wahlsieg der Oppositionellen Labour-Partei voraus. Im Vereinigten Königreich, das aus England, Schottland, Wales und Nordirland besteht, gibt es 650 Wahlkreise. Jeder Kandidat, der die Mehrheit in seinem Wahlkreis gewinnt, zieht ins Unterhaus ein. Bislang ist das vor allem Kandidaten der beiden großen Parteien gelungen, der sozialdemokratischen Labour-Party und den konservativen Tories. Es wird aber erwartet, dass diesmal mehr Kandidaten von kleinen Parteien ins Parlament einziehen werden. Wahlberechtigt sind alle über 18, die die britische Staatsbürgerschaft besitzen. Auch Menschen aus Commonwealth-Staaten, die ihren Wohnsitz im Vereinigten Königreich haben, dürfen abstimmen. Die Wahllokale öffnen um 7 Uhr morgens und schließen um 22 Uhr. Das Ergebnis der Auszählung wird spätestens einen Tag darauf bekannt gegeben. Das Mehrheitswahlrecht sorgt in der Regel für klare Verhältnisse. Das heißt, die stärkste Partei hat normalerweise auch eine Mehrheit im Unterhaus. Der Chef der stärksten Partei wird von König Charles III. zum Premierminister ernannt. Regierungskoalitionen sind in Großbritannien nicht üblich. Auch diesmal dürfte es laut Umfragen eine klare Mehrheit für Labour geben.